Hallo? Ja? Bist da jemand? Ja? Wo? Nirgendwo. Wer ist da? Niemand. Ah, dann ist ja gut. Dann kann ich ja hier weiter in die Wohnung umgehen, ja? Äh, oder? Ja? Kann ich? Ja? Ist da wirklich niemand? Nein. Wer denn? Ich. Wer ist ich? Niemand. Naja, dann, aber ich höre doch hier die Leute, das sind doch ganz viele, ich höre die doch. Nein. Was machst du hier? Einbrechen. Warum? So halt. Warum so halt? Weil es so ist. Warum ist das so? Weil es nicht anders ist. Warum ist es nicht anders? Weil es so ist. Ah! Okay, dann, äh, dann gehe ich mal in die Kühe und, äh, um ihr Messer. Wo ist das Messer? Hier. Wo? Bei mir. Warum? Unter dem Bett? Nein, warum? Weil ich in der Hand habe. Ah! Hm! Ah! Äh, einbrechen und so. Keine Ahnung. Weiter, mach, weiter, mach. Naja, ich bin, äh, äh, ich mach, ich bin, ich mach, ich bin. Du bist schwul! Nein. Doch! Nein. Doch! Nein. Was machst du in meinem Zimmer? Nein. Nein, was machst du in meinem Zimmer, du Depp? Einbrechen. Unter meinem Bett? Ja? Da findest du doch nichts. Äh, äh, ich weiß. Warum bist du denn da? Weil ich mich versteckt hab. Warum hast du dich versteckt? Na, du bist nach Hause gekommen. Na und? Bist du schwul? Nein. Du willst mich denn da nur von mir verstecken? Du schwule Sau! Du willst mich denn alles tocken, wenn ich dusche? Nein. Na, warum? Warum bist du denn hier? Einbrechen. Was willst du denn, Clown? Staubflocken. Warum Staubflocken? Weil ich unterm Bett lieg. Warum liegst du damit? Hab ich schon gesagt. Na ja, dann dusch ich mal. Na ja, wenn dann jemand ist. Äh, hier ist jemand. Na, dann, dann zeig dich. Nein. Warum nicht? Weil du sonst weißt, wer ich bin. Warum soll ich denn nicht wissen, wer du bist? Das kannst du mich anzeigen. Na und? Na ja, Knast. Du tust doch nur einbrechen und mich stalken. Ja und? Ja eben, mein ich. Ja, dann guck doch zu, du schwule Sau. Ich hasse Homos. Also ich zieh mich jetzt hier aus, dann kannst du mich sehen. Dann lohnt es sich wenigstens. Äh, nein, nein. Ich geh mir nicht raus. Dann zeig dich. Nein. Also, guck, ich bin nackt. Guck, hörst du meinen Schwenkel? Ja. Wenn ich hochhüpfe, dann schwenkele der immer gegen meinen Bauchnabel. Manchmal habe ich das schon abgeweckt. Ah. Zeig dich. Nein. Oh Gott. Ich riskiere einen Blick. Ich muss einen Blick riskieren. Ah. Nein. Oh Gott. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ah. Ah fuck. Und dann wird immer noch. Ah fuck. Zeig dich. Komm. Meine Fresse. Nein. Nein. Weil ich. Du sollst richtig schreien. Sei ein Mann. Nein. Ich geh hier raus. Zeig dich. Ich geh jetzt duschen. Und dann schieb ich mir Knüppel in den Arsch. Und du, Hohenschwackel, siehst zu. Manchmal werden Verbrecher von Einwohnern vergewaltigt. Sehen Sie im Teil 2, wie das dann vor sich geht. Jetzt bei Galileo Wissen. Ich meine M24 Wissen. M24. Brain to you. Das machen wir mit. Und dann Enter 3, Wie geht es um Hajus. Martin.